so hallo und herzlich willkommen zu series makers ja und wenn heute nichts spannendes passiert wenn heute nichts spannendes passiert ja gibt es war es dass diese folge die kann in urlaub gehen urlaub und wir machen eine neue serie setting schule noch mal thema das ist ab 6 plus sender jetzt machen wir auch das hier wir haben ja die kohle hoffentlich und wie gesagt bei einem kredit kann man nur gewinnen im spiel technologie 3 projektgröße mittel was auch immer es bringt namen schule nicht schulke schule im schreck nirgendwo da schule auf dem land produktion starten kann eigentlich in der produktion forschung machen ja forschung ich gucke jetzt noch mal was machen kann weil das sind halt alles für für die technologie sachen wichtige und neues technologie zu machen aber erst mal jetzt auch nicht wir können noch marketing radio auch jetzt nicht was wirklich was wichtig ist du kannst sehr wichtig können wir komplexität so ein action mal auf bisschen was minimieren da haben wir 17 action 252 50 jahres kann noch ein bisschen mehr humor 26 komplexität und 56 humor das denke ich ist eine gute mischung bei schule und kinder der es kann gleich in den urlaub was bringt eigentlich der green screen also ganz ehrlich wahrscheinlich nur wieder sonnlos geld ausgegeben so wie es oft hier war mit irgendwelchen anfragen wo ich nicht weiß was man auf nein gedrückt hätte dann passiert sei und dass ich nichts riskieren wollte klar oder ja doch dann nehmen wir unseren edgar satans beraten der ist gemacht dafür urlaub auch schon fast 40 fehler kann man eigentlich besser machen da ist noch mal zwei dazu aber auch fast 500 forschung ich das passt alles das ist ja dann mehr oder weniger dasselbe design kamera drehbuch kamera und don starten wir das noch mal ein kleiner boost also vor allem bei kamera bei drehbuch gibt es extreme wusste dazu also deswegen ist weil wir auch zwei kameramänner haben jetzt natürlich kameras das ding ist da noch mal warten bis alle fehler beseitigt sind und abschließen ist ja auch immer großartige combo da auch wenn die combo eigentlich schlecht ist also ich verstehe also manche sachen sind mir ein mysterium und ein mysterium ist mir auch dass man immer das claire overwood punkte bekommen obwohl gar nicht dabei ist dass jeder mitarbeiter und die auch selber immer aufgelabelt werden veröffentlichen ja das ist jetzt aber auch nicht so die welt irgendwie was ich wahrscheinlich so falsch gemacht bei der claire und beim harald ist halt wirklich aber wirklich erstmal jetzt auf die kritiken eingehen haben die handlung also 7,75 es war gut 7 8 8 8 handlung überdurchschnittlich fantastisch die kombination der programm ist okay und ich war schön serie report hat kann erst mal zum morgen man kann der zur schule auf was hat er geschrieben serienhistorie also ist noch naja hier auch immer was ich sagen wollte war folgendes dass du wenn du einen neuen präger und ist erstellt ihn sofort pushen musst ist er gute wissen hat wenn du alle abwechseln dann hast du zwar leute auf dem selben level aber viel wenigere werte report abgeschlossen ja aber zurück ist weniger wichtig ja ja super so und es ist halt alles so was soll ich denn damit ich will neue settings oder mal was lustiges neueste euro oder irgendwie sowas aber irgendwie sowas ne gut das war mal glaube ich eine kürzere folge genau ähm multithemen das gucke ich nochmal was das ist so weil darunter kann ich mir jetzt nichts vorstellen wenn es natürlich zwei themen sind dann machen wir nächste folge nochmal nochmal natürlich eine serie wo zwei themen da rein sind weil dieses multi sind ja mehrere irgendwie ist die musik wieder aus so ein bisschen komisch naja ähm vorstellungen wenn ich jetzt auf neue serie klicke und thema wir sagen einfach mal sport kann ich nicht weiter was soll das denn oder muss ich das ins technologie kit ist mein ähm 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 ne ist das auch nicht hä was ist das denn na gut ähm ähm ich kugel mal nach aber bis morgen sage ich hallo bis morgen sage ich tschüss bis morgen ja genau bis morgen